Das ist ja die beste Kampagne, einfach nur wegen Agent. Oh ja. Agent ist mein Waifu. Wie dieser Resident Evil Charakter Agent. Guck gleich mal im Resident Evil Wiki, ob er deinen eigenen Eintrag hat. Locker. Muss ja. Ich kann die Tür nicht öffnen. Okay, so Charakteristiken. Ich kann keine Tür öffnen. Er kann nicht interagieren. Kann nicht reden. Aber er ist Agent. Ich bin Agent. Wie hat das zum Agenten geschafft, wenn er nicht mal Türen öffnen kann? Ich kann mich teleportieren. Mhm, jedes Mal, wenn ich meinen Hook benutze. Nein. Aber auch nur dann. Auch nur dann. Ich bin dann auch im Wiki. Bei anderen Fähigkeiten kann ich teleportieren. Auch nur, wenn gerade ein Greifhaken benutzt. Oder ich einfach über sowas rüberlaufe. Ja, oder so. Wie sieht das für dich aus, wenn du dich teleportierst? Siehst du da einfach mal eine Cutscene und plötzlich bist du woanders, oder? Ja, genau so ist das. Ja, genau so ist das. Darf ich sogar dich mal spawnen sehen? Krass. Wie ist das? Dass du selbst nicht spawnen sehen? Nein. Ich sehe mich auch nicht selbst geboren werden. Ich würde gerade sagen, hast du dich bei deiner eigenen Geburt nicht gesehen? Nee, nicht. Kannst du dich nicht mehr an deine Geburt erinnern? Schwach. Also ich habe mitunter vergessen, was in den ersten Kampagnen für dieses Spiel passiert ist, was wir vor höchstens zwei Wochen gesehen haben. Aber meine Geburt erinnert mich natürlich. Nein, Agent. Krieg schneller, Agent. Ich versuch's. Die Amazon-Angebote sind zu stark. Seit nebenbei, guck mal, nein. Toilettensitz. Toilettensitz. Boah, man schickeren Toilettensitz. Hier ist auch so eine krisse Duschdruck. Nein, das ist langweilig. Das ist halt so ein festgesetzter großer Duschdruck, der halt so es herabregnen lässt. Okay. Ganz cool. Auf dir, Agent. Ich bin vor dir. Boah, das ist bescheuert, ey. Ja, scheiß Agent, aber... So viel für den Rescue-Sub. Zeit für Plan B. Ah, ich bin so süchtig. Schnellig kann ich dir auch nichts machen. Der einzige Weg, um zu gehen, ist auf. Dass ich einen Greifwagen habe. Wenn du vielleicht hilft. Der Torpedos-Kontrolle sollte in der Kopf sein. Auch eine Möglichkeit. Ich bin vor, es gibt den Haken. Ich bin vor, es gibt den Haken. Sarah, dein Haken. Ich bin die Wurst als zwei. Ja. Wie meinst du Trennen benutzen? Ja, das wär's noch. Ich kann springen. Agent, so präsent im Bild. Oh yeah. Ich bin Agent. Ich bin Agent. Ach. Ich glaube, ich werde einfach, wenn ich hier die Folgen benenne, von der Kampagne, werde ich einfach jeden Titel irgendwo was mit Agent reinschreiben. Oh, ich habe hier was gefunden. Agent rettet den Tag. Agent. Agent. Rettet den Tag noch einmal. Keine Art. Rettet den Tag. Agent. Bin ich so kreativ. Agent teleportiert sich. Agent geht eine Leute hoch. So, das war der erste, der erste Part quasi mit dem neuen, mit der neuen Kampagne. Die legendären Abenteuer des Agent. Ja. Auch nicht des Agenten, sondern des Agenten. Nee, des Agenten. Das ist ja der Name. Das Agent, genau. Weil das ein Name ist. Braucht deine Hilfe. Ah, ich bin langsam. Langsam, aber sicher. Genau wie Agent. Ach, ich kann auch... Man kann... Moment. Ich will doch mal so ausprobieren. Man kann während des Kriechens A hämmern, dann kriegt man schneller. Ja, das kann man. Gut zu wissen, dass ich das jetzt zur letzten Kampagne erfahre. Und wahrscheinlich auch bei allen anderen. Rost ist also wieder in den Grund, dich zu teleportieren. Verstehe. Wow. Oh. Das U-Boot sinkt. Hm. Ist das nicht das Ziel von einem U-Boot? Ich bin zu dumm, um hier weg zu gehen, weil die Kamera scheiße ist. Ja, die Kamera ist echt scheiße. Das würde ich ohne dich machen, Agent. Ich hätte die Leiter nicht gesehen. Agent der Leiterfinder. Agent lernen klettern. Das ist auch mal so lustig. Er kann nichts, aber dann kann er auf den Leiter nicht klettern. Also Agent lernen klettern. Ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu. Das ist doch bestimmt ein Emblem oder so. Die muss man dann. Nevermind. Da besteht auf der anderen Seite was Tolles. Was Tolles vor allem. Ich lag einfach auf dem Boden. Ich bin einfach hingefallen. Kommts. Ah. Hier ist ein Emblem. Oh, war wirklich was Tolles. Hab ich euch gesagt. Ja, hast du gesehen. Hier ist ein Klo. Oh, stimmt. Toiletten hast du da. Yay. Den Klo du siehst, kann ich mir ja mitnehmen. Kannst du wirklich zuhause ranschrauben. Ja. Hab gesagt für den neuen. Obwohl die Wendern wirklich so einen grünen haben. Was sich für mich eigentlich lohnen würde. So einen Klo-Deckel mit so... Wie so Teppich drauf. Ja. Aber es gibt's auch. Damit der Arsch schön warm wird. Was ich vielleicht mit meinem Zimmer machen könnte. Ist mir einfach solche ähm... Ich weiß nicht, wie diese Schaumstoffdinger so was heißen. Halt für Schallabsorben. Absorben. 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 Damit man nicht immer hört, wenn ich hier rumhole. Hab ich dir auch schon mal drüber nachgedacht. Weil bei mir in der Wohnung so... Neben mir, links neben mir... Wo der der Nächste. Und ich glaub der kann das immer hören, wenn ich hier ein bisschen... Na oder wie. Ich glaub, wenn ich irgendwo gewohnt hätte... Das nicht in so nem... Okay, wir haben jetzt halt nur einen Nachbarn, der direkt das hören kann. Das sind unsere Unternachbarn. Und... Ähm... Naja... Die... Glaub ich... Das ist schon wahrscheinlich zu hören gewesen. Wenn ich bei Sekiro richtig ausgelassen bin. Stimmt! Mir fällt grad mal was ein. Was ich fragen wollte. Ich hab mal... Bei... Äh... Im PSN hab ich einfach meine... Ich sterbe. Hier. Agent rette dir das Leben. Agent gibt mir Tic Tacs. Ich hab im PSN einfach mal nach FE Eigen gesucht. Und ich dachte... Vielleicht heißt das auch so. Und ich hab dann einen gefunden, der unter anderem auch in Sekiro die Platin Trophäe hatte. Und ich dachte mir... Bist du das? Das bin ich. Sehr gut. Muss ich mal ändern. Platin Trophäe in Sekiro ist mir voll schwer. Spiele hat meine Nerven bisher. Ja... Ja... Dark Souls, Sekiro... Muss ich halt alle auch mal spielen. Aber ich hab echt Angst davor. Hatten wir neulich schon mal, ne? Ja. Äh... Ich mach mal noch einen Tic Tac vom... von Agent. Ich würd grad vom Agenten sagen. Das wär ja falsch. Oh... Sterben beide grad. Kann das sein? Ich... Ich halte dich gleich. Ich halte dich gleich. Ach... Danke Agent. Das ist überall so komische Viecher in meinem Gesicht. Aber sonst geht's mir ganz gut eigentlich. Und sonst ist es ja gut. Ach... Hab doch super viele Tic Tacs hier. Daraus. Dankeschön. Gehen wir los. So. Noch von einzelnen Viechern da. Hier links. Ja. Da ist noch so einer. Was Spaß über die Oberze gesprengt. Ups. Oh, hier ist Wasser. Ich kann schwimmen. Oh, perfekt Wasser. Kann Agent auch schwimmen? Agent kann schwimmen. Boah. Ah, Schwimmsteuerung ist echt scheiße. Wir hatten irgendwann schon mal eine Schwimmsteuerung, ne? In... Bei Leon und Heliona. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Alles gut möglich. Stimmt, da muss man immer so auch zum... Luft schnappen, ne? Ja. Okay. Wo bin ich jetzt? Oder hier? Hä? Ich muss... Wir müssen ins Wasser zurück. Ich glaube es ist nur so eine Zwischenstation hier. Moment. Ist das quasi... Ich... Ich... What the fuck lag ich tief im Boden? Was war das denn? Ich weiß auch gar nicht. Einfach ohne Runden am Boden. Äh... Hier ist Wasser. Da. Wieder. Wollen wir von hier? Ach komm. Google Maps. Ja, das ist tatsächlich das wo wir eben reingebaut haben. Wir müssen ja unter Wasser irgendwo landen. Äh... Ich weiß auch nicht so recht wo ich... Wo es lang geht. Ah, hier vielleicht. Ah ja. Folge Google Maps. Wobei... Muss ja eh nicht herkommen. Ich kann ja ja das alleine machen. Stimmt. Jetzt... Mal sehen, wie viel Kuckstung ich muss machen. Ei. Ei. Uuuhh... Der Sub ist fertig. Es ist Zeit für einen preisierten Exit. Ich konnte nicht an Land, weil du an Land gegangen bist. Ich hätte vorhin nur so ein Pixel Sauerstoff gehabt. Ja, Sauerstoffe. Sauerstoffe für den Pixeln berechnet. Folg dir einfach mal. Ja, ich habe keine Ahnung, ob du gerade richtig gehst. Ich konnte nicht Google Maps. Äh... Boah, die vier sind vielleicht nervig, ne? Ja. Glaub ich... Stimme... Erbe gerade. Einfach schwimmen. Wimmeln. Schwimmeln. Schwimmelwimmeln. Schwimmelwimmeln. Wimmeln. Ja, das musst du jetzt machen. Ich kann das nicht. Bäh! Ich kann das nicht. Bam! Einfach eingetreten. Ja. Ich kann das nicht. Kann das nicht eintreten. Hast du dich nicht getraut. Und deswegen habe ich es einfach getan. Ja, ich bin so schüchtern. Plopp! Da habe ich wieder gespawnt. Eklig. Oh. Power is back! Und jetzt? Ja. Ja. Ich mach das schon. Mit Gefühlen. Mit Gefühlen. Alter, was ist jetzt Sache hier? Geh jetzt mal weg erstmal. Du musst hier oben stehen. Ada Wong. Du musst auch deinen Namen sagen. Ada Wong. Agent. Du musst hier oben an mir stehen. Ada Wong. Ada Wong. Du musst hier oben an mir stehen. Du musst hier oben an mir stehen. Ada Wong. Wo ich stehe immer noch. Authorization approved. Miss Wong. Six months ago you performed experiments on humans in Adonia. Oh Gott. Ich bin jetzt gerade im, hä? Aua-Modus. Ja. Danke für die Tick-Tack-Agent. W- Ich bin jetzt auf dem Schmeld. Warum hab ich mit mit dem Schmeld auch los? Ich bin jetzt mit dem Schmeld. Ich weiß nicht, was du brauchst. Was für ein Schmeld für Chaos. Ein Sohn. Ein Sohn. Ein Sohn. Ein Sohn. Ein Sohn. Ich bin richtig. Wow Oh, ich kann nicht so weit weg. Ich muss leider zurückbleiben, Agent. Ich muss so gut dienst, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es interessiert ist. Ein Rekord von sechs Monaten. Dann war die Reise wertvoll. Was ist das? Du hast es noch nicht herausgefunden. Lass mich erklären. Tomorrow, die USA wird ein Bioterrorist attack. After that, China, and then major cities all around the world will suffer the same fate. After that, of Neo Umbrella's very own, Ada Wong. If you think I'm going to sit back and be your scapegoat, Simmons, you've got another thing coming. Okay, now we can go. Bühne frei für Ada heißt es Achievement. Ich hätte es ja anders gedacht. Agent, ich trage einen A. Okay. So, noch weiter spielen? Ich glaube für heute lassen wir es erstmal wieder. Okay. Wir müssen ja die... Ach egal. Wir haben gerade genau die gleiche Genauigkeit gehabt. Oder liegt das einfach daran, weil du nur Agent bist? Automatisch du einfach meine Werte übernimmst. Das könntest du mir vorstellen. Ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, was für eine Genauigkeit wir hatten. Ja, das kann ich mir dann ja irgendwann wieder ansehen. Oh, ein Durix-Paket. Yo. Oh, 40 Kondome, 12 Euro. Kann man machen, ne? Ich muss ja auch erstmal gucken, was er da gibt. Rurays. Ganz wichtig. Warum gibt es so viele Durix-Angebote? Alter, 100 Stück. So viele würde ich nicht benutzen in drei Jahren. Ne? Habe ich 100 Stück eigentlich so einen Lebensvorrat? Schon mal vorweinen und dann kannst du es doch nie einlösen. Was ist das denn? Hm. Ein Öl-Set, okay. Boah, einmal nicht mehr. Dann ist alles gut. Oh, ist das Ding? Hm. Habe ich auch. Ne, nur eine Harddrive. Hm. Ii. Ein Terabyte? Pff. Vier. 144 Euro, das ist kein Angebot, das ist Abzocke. 4 Terabyte für 140 Euro. Ja. HDD-Preisen kenne ich mir nicht aus, aber ja. Also Ronan sagte mir, er hat mal eine für 90 gekauft, glaube ich. Ich habe hier nur eine 1 Terabyte HDD und eine 1 Terabyte SSI. Oh, Kopfhörer. Mhm. Ja.